Kannst du dir nicht ausdenken? Kannst du dir nicht ausdenken? Ich finde es ja witzig, dass wir so ein Ding miteinander haben. Chat, wisst ihr? Chat sage ich schon. YouTube-Community, liebe Zuschauer. Aber es kann doch nicht sein, dass immer nur bei Blu-Reactions sofort der Like-Button gehittet wird. Das ist krank. 9000 Aufrufe, 943 Likes. Das ist geisteskrank. Schau dir das mal an. Normalerweise so 7800 Aufrufe, 462 Likes. Aber sobald ihr diesen Thumbnail-Style seht, mit Blu irgendwie drin, liken. Wurde sich liken. Wurde sich die Streamer oder die YouTuber zeigen, dass ich das geil finde. Ihr seid wirklich verrückt. Ihr seid wirklich verrückt, aber ich freue mich trotzdem. Wir haben das Like-Goal von 800 Likes ganz knapp erreicht, liebe Leute. Aber nur ganz knapp. Und deswegen gibt es heute eine weitere Folge von Killing Twitch-Streamers on Wars in Episode 3. Lass den Positivwerten und kostet das Abo da. Und gerne nochmal 800 Likes für eine weitere Reaction. Wer weiß. Und wenn ihr den Content hier feiert, wenn ihr es cool findet, einmal ganz entspannt hier euch zurückzulehnen, einmal am Tag euch eine Reaction reinziehen, es interessant findet, es witzig findet, ich mache verschiedene Formate, dann lasst doch gerne kostet das Abo da. Auf dem Weg zu den 30.000 Abonnenten, Motto des Tages. rein. So, da haben wir gestern letztes Mal aufgehört. So. Am Hause. So. So. Und jetzt haben wir einen Punkt. Jetzt haben wir einen Punkt. Das ist quasi der Beweis. Er hat vor fünf Spielern Angst. In-Game. Ja, das haben wir letztes Mal erfahren. Und alle, oder die meisten davon, haben Maus und Keyboard gespielt. Wie kann es sein, dass Aim Assist OP ist? Richtig. Gibt keine Antwort. Fakt. Ja. Ja. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Hat er einen Punkt. Hat er einen Punkt. Geile Facecam. Oh, wir haben ja somebody else coming. Oh. Oh, wir haben somebody else coming. There's somebody else coming. Oh, nee. Keine S-Mine. Oh Gott. Seine Kamera wird so brechen. Ich sehe das. Ich sehe dieses Setup jetzt, okay? Ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen. Ich sehe das hier und ich weiß, dass Blue seine Kamera brechen, wegwerfen und drauf treten wird. Und da er hier Tearing hat, und ich sehe, dass er oben FPS-Anzeige hat und so weiter, zeigt mir, dass er auf PC spielt. Warum? Warum zum Teufel? Witze sage es mir. Warum zum Teufel? Ist die Facecam so klein? Das macht mich richtig wütend. Pick him up. Pick him up. You guys fucking teaming? Pick him up. Pick him up. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Kracher bekommen. Und noch ein Kracher. Oh. Oh, das wird er bereuen. Da hast du gekratzt. Da hast du komplett gekratzt, Freundchen. Merkst du selber. Putz. Oh. Der ist die. I don't know how mine doesn't get hit. Putz. I guess I'm stream sniping him now. My bad. They know his lobby. What? What are you talking about, man? Ey. Egal. Scheiß drauf, wir machen weiter. Nein. Therma. Nein, er verliert ein... Eww. Also, dass der Ding Geinfeld verloren hat, ist gar... Huh? Hey, you should stop it with me. No bullshit. I know what to do. Do I start some banter here? I'm mine. Nah. I just ran on the blue. Who? Are you out your fucking mind? Bro, was war das für ein Kill? Excuse me. What? Nein, ich bin viel zu weit. Oder? Ne, doch nicht. Eww. Oh, das ist wieder. What? Huh? Ja, viele. Viele. Hey, you should stop it with me. Bullshit. I know what to do. Do I start some banter here? I'm mine. Nah. Nah, I just ran on the blue. Who? Are you out your fucking mind? Es kann nicht sein, dass der in jeder Folge viermal drin ist, der Kollege. Nein. 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 Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Really, blue? He's using his shotgun. Blue's in here! Okay. 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 Wow. Er tut mir auch immer leid, er hat so eine normale Reaction. Also er shit-talkt ihn nicht. Du wisst, was ich meine. Aber er wird, er wirklich... Is it the same kid? Links und rechts. Is this? Ah, it's cool. Das ist das. No, that's probably who's been sniping me the whole time. It's the Gulag. I fucking hate snipers. There is just so much skill. I don't care if Blue's good at the game or not. I fucking hate snipers. Ja. Same. Same. Einfach mal, auch mal, von so vielen Sprachen auf der Welt hat er sich dazu entschieden, Fakten zu sprechen. Nein, bin ich nicht. Ich habe heute schon wieder sechs Stunden gestreamt und wieder nicht Kampfsperre reingepackt. Ich will das eigentlich probieren. Und das ist Blue. Er hat wirklich gar nichts getroffen. Geile Facecam, liebe ich sowas. Ganz ekelige Gunfight sowas auch. Da muss man auch wirklich ganz ehrlich sagen, Blue gewinnt so viele Gunfights wegen gutem Positioning, muss man ehrlich sagen. Weil ich will jetzt wirklich die Diskussion auf Ernst, also gerade eben habe ich reingebatet, ich will die Diskussion jetzt auf Ernst nicht aufmachen. Aber er weiß schon sehr, sehr gut, wie man den Aim-Assist aushebelt. Und vielleicht der ein oder andere Maus- und Keyboard-Spieler von euch kann sich da vielleicht eine Scheibe von abschneiden. Er hat ganz oft diese Smoke-Fights, er hat ganz oft... Entschuldigung, er hat ganz oft diese Smokes-Fights. Er hat ganz oft diese, genau diese Fights, diese im Treppenhaus. Da hast du nämlich im Controller keinen Aim-Assist. Okay, gut, der Spieler spielt gerade auch auf Maus- und Keyboard. Aber trotzdem, achtet mal drauf. Das ist crazy. Putz! Oh, schade! Nein! Wer ist er aber? Oh, oh. François? Je m'appelle Philippe, pacquette, pacquette. Bonjour! Oh nein, er hat kein Kampfschwetter, glaube ich, ne? Nein! Also, das Respekt, was das Blöder versucht. Was macht er jetzt? Er hat auch auf die Seite... Aber beide nicht schlecht, ne? Wie war der drauf? Nein, das ist so... Das ist ein Witz. Oh, er hat aber Angst ein bisschen. Oh nein, er wird von denen gesnipet, oder? Ja, da war der Aim-Assist wieder mit dem Controller. Aus. Geile Texturen. Fühle. Guck mal hier. Ey, Mr. Owl. Kenn ich irgendwoher. The Muffin Man? Do I know what? That dude blue? Yeah. What's his actual in-game name? Oh, it's just blue. Like BLU? Yeah. His Twitch is ex-blue, I think, but... His in-game's just blue. Yeah, that'd be... All right. I'm pretty sure because the dude has some fucking wicked shots. I saw it was playing solo. I saw those earlier. Oh, okay. Sie teamen einfach jetzt, oder was, um ihn zu töten? Yeah. Okay, nee. Nee, nee, okay, okay. Sie haben sich einfach darüber gehalten, dass er gewinnen wird. Das ist crazy. Das war jetzt das Spiel, außer kein Helden. Was denn? Was denn, Großer? Oh, oh. Die brühen ist es aber auch nicht, ne? Oh, nee. Oh, nee. Oh, das ist so... Oh, na. Och. Er spielt so Klassen, die... Also, Thermid ist wirklich Krachermacher, ne? Das ist wieder der Legenden-Bart. Nein. Lass es. So, ich schreibe mir das jetzt auf. Ich vergesse das sonst. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ich hab... Habt ihr auch so ne WhatsApp-Gruppe mit euch selber, wo ihr so Ideen aufschreibt. So. Also. Thermid rein plus Morse leveln. Sonst vergesse ich das. Nice. Geiler Hoodie. Und tot. Oh. Oh. Tough. Oh, nee. Nix. Keine Chance. Oh. This other guy might be a demon, too, actually. He sounds like he knows what he's doing. Just kidding. He's dead. Was that the blue? Sir, did you do? Yo, self-rob. You can win. Self-rob. No! And he gave him the win! No! There he was! Oh! Hey, self? God, I fucking love him. I fucking love that guy, man. I know. It sounds like I'm doing splits on it. But, you know. So this is what winning looks like. Okay. It's all right. Moment. Jetzt so einer zu viel vom Chat. Ja. Das hab ich auch gesagt. Oh, Smoke gechokt. Egal, reicht. Kampfsperer drauf. Und Brüsseldorf. Ihr löscht. God damn it, blue. Fuck. I wonder if that's actually... Einfach, jeder kennt den. Das ist so crazy. Fuck you. Oh, nee. Oh. Aber gute, gute. Erste Shots. Oha. Nein. Das ist... Nein, was? Oh, my God. Fuck, dude. I'm 0-2. I'm 0-2 against them. I mean... I don't know if that's the guy that, like, makes the content, but... TGs, if it is. I mean, fuck. TGs, bro. Das ist so crazy. Nein. Ach, Jungs. Mann. Ey, jetzt tut mir so leid. Kein anderes... Oh, nein. Und... Och, nee. Und jetzt kommt der hoch und... Er lacht so noch. Super Evan? No way. Der hat krach bekommen. Oh. Oh, my God. It's invisible, bro. Okay. Hat einen guten Boom. This game fucking sucks. He ain't lying. Ja, ja. Das war Quatsch. Jetzt hat er seine Waffe, aber... Und verliert trotzdem. Na gut. Boah. So geiles Movement gehittet. Pause. Ja, muss er ein Kompliment geben. Ah. Einer von denen. Einer von denen. Einer von denen, die dann sagt... Ja, aber... Ich kann mich nicht spreiden. Hab ich auch schon mal gemacht, ja? Also ich wurde schon mal von einem Streamer-Kollegen getötet. Und hab gesagt, er hat schon sein Loadout. Und hat trotzdem fast gekracht bekommen. Ja, okay. Okay, jetzt aber... No Loadout gegen No Loadout. Oh, na. Ja. Ja. Ja, he baited me. Und? Kommt da ein GG? Kommt ein GG? Nein. Ein GG von zu bleiben. Manche Pros haben so viel Ego, by the way. Schaut. Okay. Kamera weg. Jetzt geht ein Ame Assist. Ausgesangert, ne? Sorry, ha? Dude, my hands are literally sweating. Coming back for you, Blue. Ah, weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob du wiedergommst. Gut, gut. Ich denke, das ist ein Streamer. Blue. Rocking a weird build on the HRM. Du hast mich gescheitert. Du hast mich gescheitert. Du hast mich gescheitert. Ich glaube, ich kann einen True Shot. Erwin hat einen True Shot hinten. Oh nein. Oh. 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 Ja. Blöden. Naja, ich werde die Kamera jetzt nicht... Also, ihr seht ja seine Stirn. Das muss reichen. Oh. 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 Von zwei Seiten. Wie löst er das Problem jetzt? Heißt das Zeichen... Ah, seht ihr gar nicht. Ich hab auch keine Lust. Ach, okay doch für euch. Bam! Fuck. Das war aber auch wieder so ein richtiges. Der Sound hat wieder sehr... What the fuck? Are you kidding or some shit? I hope so. Nein, 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 nein. Das Termin war... Das war respektlos. Das war wirklich respektlos. Perfekter Beweis, warum Artis War so krank unfair ist, oder? Zieh euch mal rein. Seine Sounds und die von Blue. Einfach sein... Sein Spiel ist Lobby zu Lobby sein und Mikrofon. Oh nein. Oh nein. Und wieder den Life Marker gesetzt. Er spielt sogar das Black Park. Reicht nicht. Das ist halt so ein krankes Komplett, was du mal bekommen kannst, ne? Das ist crazy. Wir können aber jetzt immer so Wetten abschließen. Wisst ihr, was ich meine? Ich sage, er wird ihn reporten. Er wird ihn reporten und wird nicht einsehen, dass es ein guter Spieler ist. Weil er schießt jetzt durch die Smoke und das ist eh für einen Casual ein bisschen sus, wenn man durch die Smoke schießt. Und ich glaube, er wird nicht reporten. Nein! Scheiße, aber genau eine Sekunde, wo er durch die Smoke schießt, hat er geguckt. Ich habe ihn fast gelesen, ich war fast in seinem Kopf gelesen wie ein Buch. Wow, he's probably just cracked. Scheiße, ich werde verloren. Oh. Oh, das unterschätzen die Leute auch, ne? Dieser Slide zur Seite gerade war insane. Den vernünftig zu timen und da keinen Dead Slide zu bekommen oder so. Der Slide! Der hat den Gunfight gewonnen. Der war schon, der war sehr strong, Alter. War schon ein Kracher, ey. Der Slide war so big. Guck mal, wie er seine Kamera bricht jetzt. Woops! Oh, I just got pissed on. Oh, it's blue. Yo. Yo. Hey, you motherfucker. Hey, 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 hey. I told you. It's fucking blue. I just got pissed on. I knew it was a demon, bro. I fucking knew it was gonna be a demon. He's like a big YouTuber. He always plays with a metaphor and solo. He plays metaphor and solos and shit. Yo blue, let me get my loadout. You ain't got a shit on me again, okay? Let's just go our separate ways this one time. I'm leaving. I'm not getting shit on two times in a row, bro. I'm leaving. You can put me on your YouTube video if I'm getting shit on that one time. I'm out of there. I know, I know when to leave. I know when to leave. I know when I'm going to get outplayed. Oh. Oh, war aber knapp. Gute Shots. Da hätte er durchziehen sollen. This motherfucker. I am blue. Da hätte er durchziehen sollen. I am, dude. Also nicht so... Man fällt voll oft in diesen Bait rein, ne? Genau in der Situation jetzt. Hier. Das machen... Also das machen nicht viele Spieler. Das machen wirklich Crackheads, ja? Manche machen das so randoms aus Versehen oder so. Aber das ist genau die Situation. Guck mal. Er schießt auf ihn jetzt. Shieldbrake ihn. Und er sieht, dass Blue in Deckung geht. Und deswegen will er hier rumlaufen, um ihn zu töten. Aber damit... Das antizipiert Blue. Und ego-shared ihn halt. Also re-shared ihn, ne? Und da muss man manchmal einfach weiter gerade ausschießen. Das macht er nämlich nicht. Er wollte gerade loslaufen, dann stirbst du. Sieht man jetzt besser, dass er jetzt wieder am Sprinten war. Achtung. Und da. Ist er gerade nach vorne gelaufen. Das war crazy. Putz. Putz. Keine Chance. Ich versuche, dass eine gute, decente... Wie... Wie einfach... Wie einfach... Du gehst mit Chat und ein bisschen warm. Was hast du mit Facecam, bro? Waaaaat? Oh Your roller blues on roller right now Ey ich sag einfach mal die quote auf blue ist so unter 1 muss einfach geld dafür bezahlen wenn du jetzt auf ihn wetten wollen würdest Ich sage euch jetzt schon warum also ich sage euch jetzt schon warum man auch verlieren wird hier gar nicht unbedingt wegen seine skills Wer ist fertig auf Digga der guckt zur seite das verstehe ich nicht als wenn ich da war so zocken würde und die ganze zeit so gucken würde oder so Digga ich raff es nicht ich glaube willi macht das auch immer ne willi die gucken zur seite wie geht das Das war aber knapp aber anlag ist das war so knapp es war so knapp hätten gegönnt ein bisschen Er hat sich einfach hingelegt Er hat sich einfach hingelegt Und body shootet Das ist sauer ich fiel es Das ist so stinke sauer Ja und einen Kaffeesit nehmen Ich glaube man ist so ein bisschen sprachlos Wenn sowas passiert Man ist so man ist so sauer dass man dich beleidigt oder einfach so und er gewinnt es und Schießt auf meinen körper und body shoot mich Weiß So habe ich auch schon so aufregiert Wie findet ihr by the way mein hintergrund ich habe den level up kühlschrank jetzt angemacht Der war immer aus Er wird nämlich ein schnuff warm aber ich habe nämlich bock jetzt für den sommer auf kalte getränke Hier Hashtag werbung Richtig geil kurze nur einfach nur ganz kurz was euer eindruck was sagt ihr was sagt ihr nice Oder nicht so nice Oder ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen ne Scheiße Oh das ist blue Ich hab ihn fast geklagt 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 Und als ich das Körper tue BAM Oh Ja ja Wenn blue eine smoke vor dich schmeißt das Ding ober mit dir Das geschmeißt das Ding ober mit dir Denk ich selbst nicht laut Tschüss Ohhhhhhhh Der steht on Oh nein Oh nein Zu der Zeit, wo man noch nachladen konnte im Sprint. Junge, gute Zeit. Kracher. Nein! Man, der immer da beim Depot, oder was? Nein, der kommt ja nicht rum. Guter Live-Marker, aber er auch. Er ist auch nicht schlecht. Geile Zeit, wo man im Sprint noch nachladen kann. Oh, ein Schuss. Schade. Das war's, das ist das Wettkampf. Ah, er steht auch im Außen-Key. Oh, mutig. Boah, aber guter Wallbang. Aber da ist halt die Treppe im Weg. Oh, 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 der Live-Marker, der Live-Marker. Ah, gute Zeit, dass wir noch im Sprint nachladen konnten. Remember, guys? Oh, 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 oh. Und ich sage, er hat ihn besser gesehen. Das ist so ein Quatsch. Ah, sieht man nicht, Killcam. Schade. Hey, es geht wieder aus. Stink sauer. Roms. Hey, das klickt wie ne Ausbibel, aber... Das ist wirklich gar nicht witzig, wenn ihr... Ja, ihr wisst, was ich meine. Hm? Oh, face new. Auch von face gekickt worden jetzt. Oh, der Live-Marker. Boah, der Live-Marker. Boah, wie viel Gunfights gewinnt der wegen Live-Marker? Das ist crazy. Dude. What the fuck was that guy saying? Guter Game-Sound. Was ist das denn? Hä? Wie kann das denn... Warte, er hat... Er hat Artist War komplett... Komplett falsch eingestellt. Er hat einfach... Er hat einfach... Alles aus, außer... Spielgeräusche. Also außer Schuss und so. Äh, Waffengeräusche. Ja, Schneisen. Oh, oh, er ist schon wieder. Er ist sauer. Ja, Live-Marker wieder. Live-Marker wieder. Uh. Again. Uh. Hey, was that weird? Anybody else? Bro! Bro! Oh, mein Gott. What? Nein, das ist... Das ist disgusting. Das ist respektlos. Nein, 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 nein. Und er hört ihm halt an. Bro, das war... Das ist... Das ist... Das ist... Also... Ich hätte auch... Ich hätte in die Hölle reportet. Wäre mir wirklich egal. Ich hätte in die Hölle reportet. das ist... Das ist... Das ist... Das ist... wirklich... Woh... Oh... Ist das... Bottom 4? Oh, es... Oh, okay. Jeder kennt ihn. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. So... Mit der Starzer Pistole. Ich habe einfach gekocht. Ich kann nicht mehr sagen. Ja, ja. Ja, ja. Hey, cheat ihn da da? Oder... Nein, er hat... Er hat nur seinen ganzen Arm, mit einem Pistole, also... Ja, ja. Eins Kontrollerspiel. Da fühle ich das. Ich habe nur... 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 Er ist einfach zu dick, um durch das Fenster zu kommen. Oh! No way! Ja. Krach, Bro. Krach so hart. Kracht wirklich dieses andere, Bro. Machst nichts. Ancara Messi. 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 Und... Tschüss! Danke für Ihren Dienst. Auf Wiedersehen. Doch nicht. Doch. Es ist over. Wirklich. Das ist over. Bro, nein. Nein, 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 nein. Nein, das kannst du nicht machen. Also es ist ja schlimmer. Also ich habe schon was mit dem Schlimm gehalten, aber das ist nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wtf. Nein, das war sehr strange. Bro, nein. Das. Das war so. Ich kenne die Fahrer. Ja, ich habe einen Druck. Ja, ich habe einen PS5. Boah, was ist denn der Kids? Boah, ich will diesen Modus wieder. Ah, zweite Runde gegen ihn. So ein Scheißfahrt in die Runde, Digga. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein. Oh, ich sag gerade aus der Luft, das wäre geistkrank. Nein, das kann nicht sein, wir haben schon... nein, das kann nicht sein. Ey, wir haben schon wieder eine halbe Stunde... Ich kann nicht länger als eine halbe Stunde Racken-Chat. Das geht viel zu lange, wirklich. Ich muss noch schaffen. Wir machen 800 Likes auf diesem Video. Dann mache ich noch einen dritten Part von diesem Video. Weil es ist zu lang, es geht nicht. Es geht wirklich nicht. Ich hab Termine, ich hab Termine, okay? Jeder ist für seinen eigenen Orgastus verantwortlich. Lass einen Puzzle, wer hat den da, kostet ein Abo. Und wie gesagt, bei 800 Likes gibt es noch einen dritten Part. Geistkrankes Video ist natürlich immer in der Videoschreibung verlinkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.